Oh. Was... bist du denn für... Riepig. Ja? Riepig. Ii... Riepig. Ach. Ach herrje. Wow. Schneller, schneller! Das war ja super. Riepig. Hahaha. Okay. Achso. Moment. Muss man nur noch zurückkommen. Jetzt sieht gut aus. Bitte, 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 bitte! Put it on. Okay. Amphibian Datavisor. Na gut. Riepig. Crack the network. Som... Hey, who are you? Ah, ist das... Oh, da ist ein E-mail. Now I can mail my letter. Heh. Sehr gut. Secure WLAN. Oh. Hallo? Eiskugel. Oh. Oh. Wir müssen ja... 8. Können wir eigentlich rumlaufen? Ne. Okay. 127. 127.001. Äh... Auch nicht. Mann. 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 So. Check it! There you go! Ich weiß genau, was du da tust. Alter, ist das Frosch- Oh, was bist du denn für einer? Hallo! Hallo, mein Name ist Johnny, auch. Hey, Johnny, auch. Meine Mutter hat mir nie gelernt, zu sprechen und zu schreien. Ich habe eine Idee. Oh! Push this button. You're broken. Good thing I have a quick save. I'm superior to a trashcan in almost every way. Almost. I can modulate my voice all day long. Why do you humans insist on including your epidermis? Are you a person or an antelope? I wish more people were like you. I have no owner. I'm free. I killed my owner at his sleep. You're not my real father. Ich wurde 1992 in der Zukunft programmiert. Meine Mutter hat mir nie gedacht, zu sprechen und zu schreien. Auf die Straße oder so. Oder hier so in die Ecke rein. Ah, fast wieder hingestellt. So, da hättest du nicht gedacht. Und... Ich bin stolz auf uns. So, was haben wir denn hier? Ja, whatever. Okay. Yeah! Ja, ja. Was ist das? Selber. Ha, Leute, genug geängert. Climate is bliss. Tja, ihr habt euch was verpasst. Klick. Un suspicious surveillance car. Ich seh dich doch. Hallo? Ah, warte mal, was ist denn er? Haben wir mit ihm schon gesprochen? Achso, mit ihm schon. Habt ihr den MacGuffin? Ja. Komm zurück, wenn du den MacGuffin hast. Hol mir einen MacGuffin und einen Kaffee. Habt ihr den MacGuffin? Ich hab den MacGuffin nicht. Hallo? Hallo, little boy? Hallo? So. Oh, nichts mehr im Inventar. Und jetzt dann wieder aufschauen. Okay, dann... Wollen wir mal... Ah ja. Reden wir mal mit der Rezeption bis innen. I'm afraid you don't have appointment. Gut, dass sie da kein Problem mit hat. Und was haben wir hier? Äh... I'm just a chair. You have insufficient security clearance. Okay. So, was haben wir denn hier? Lunchtime at 12. Communist plotting. Wodka and Biscuits. Potatoes. Sackrace. So, machen wir mal. Bing! Ah. Schnell weg hier. Okay. Die sind weggegangen. Das wird... Ich will nochmal schnell gucken, was die da so tun. Und dann... Ich hab noch mal schnell gucken, was die da so tun. Und dann... Wie geht's dir? Was hast du denn? Om nom 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 nom. All ich habe ist ein Ham Sandwich. Nicht mehr. So, äh... Wie sind die Wälder und Kinder? Achso. So... Gone lunch on back in 5 minutes. Ja, ja. Warte. And up we go. Infiltrating, 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 infiltrating. Weee. Infiltrating is such fun. Oh yeah. Actionrolle. Bam. So. Drinnen. Haben wir's zu machen? Nein. So, was haben wir denn hier? Ah. Okay. Äh... Stühle. Top secret. Oh nein. Jetzt fang ich wieder an so zu reden. Das... Geht nicht gut. Das kann ich nicht. Okay. Oh. Ja. Alter. Hörst du auf zu schießen? Haha. Jetzt wüsste ich gerne, was passiert ist. So. Hier haben wir ein... Können wir das nochmal machen? Nein. Passiert eigentlich, wenn wir sterben. Können wir sterben? Ja. Okay. Gemerkt. So. Immer noch top secret. Oh, ich hör doch da was. Da hör ich doch was. Das scheint wichtig zu... Was mag ich denn hier hören? Oh, da ist eine Sohnde. Das wo eine Analsonde ist. Was ist das? Das war's. Oh. Hm. Oh. Oh. Mainframe of the month. All I need is a human heart. Do I have something in my teeth? Weiß nicht, vielleicht... Geisomete, das... Prey of the month! Schade. Oh, ich hab ja Angst. Das ist... Ernsthaft. Ernsthaft? Sieht aus wie... Okay. Kein menschliches... So, was haben wir denn? Alter. Achso, Moment mal. So, Hack hier. Neural Terminals. Encrypted military schematic. Ah! Mist. Hm. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. A dial turn of 2600 hertz is required to activate this trampline. Please try again later. So, was haben wir denn hier? Oh! Hm, 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 hm. Thank you for infiltrating the Iron Curtain secure net. To reject all sensitive information from our databanks, dial one now. To activate adult pay-per-view on your television, dial two now. These charges will appear on your credit card statement. Wooh! Thank you for ordering from Barnyard to Blar Network. We hope you enjoy your deluxe stairs and studs package. The committed value of 996,969 yen has been charged to your credit card. Try explaining yourself how that one. Thank you for infiltrating the Iron Curtain secure net. To reject all sensitive and... Let me see what they have to realise. Sorry, wrong, thank you for having trouble! Der Thunder isnt, you're ajerne. Target required. Okay. Sehr gut. so okay feier alarm ich weiß nicht caution boing sehr gut oh oh wie beruhigend so frisst das hat sie irgendwann ha 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 sauber improvise ich weiß, dass du gut mit mir und wenn du nicht mindst, habe ich eine Landlinie zu installieren die Füße ist das genial so starting mission in bald achso jetzt haben wir gar nicht mehr das ist ein okay das oktopus ding follow the cowboy okay okay aber jetzt mal will ich das hat doch schon ein bisschen Zeit ne oder ist hier eigentlich nichts wenn wir den cowboy followen sollen äh und dann äh und dann okay okay so äh ähm äh äh sehr schön äh äh Ok, jetzt sind wir also nicht mehr in... In Moskau oder in... Also hier... Hallo! Konnichiwa! Kawaii! Do you like me in Kimono? Or Kistarium? Does this kimono make me look fat 32? My video phone number has too many digits. It's impor right to ask Regi her fun weight. Yep, yep, yep. Ähm, jetzt haben wir natürlich... Alter, der... Hallo, entschuldigung! Never ask! Take my advice! Never off a clock your underwear! Can you spare a bike to eat? I like to drink motor oil! Ah, the government! It's the government's! Can you give me a nipple of that cookie? Take my advice! Nein! Was ist da grad hingestrult? Danke! Hi! Surveillance-Card! Aber... Scheint geht, ne? Er ist gesperrt! Ja, er ist gesperrt! Und durchpacken geht auch nicht, okay. Naja, er wird auch gut. Hallo? 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 Wo sind wir hier? Out of Service? Oh, scheine. Ja? Fertig bin! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin in deinem Bett. Ich bin in der Überraschung. Ja, das ist richtig.